und Bildung gespart wird, investiert die Ampel kräftig in die Rüstungsindustrie. Dem Bürger bürdet sie immer höhere Belastungen auf, zeitgleich verschenkt die Regierung das Geld in Milliardenhöhe an Konzerne wie Intel und TSMC. Nicht nur finanziell nähert sich die Bundesregierung dem Bankrott, auch moralisch ist die Ampel völlig am Ende. In seiner Neujahrsansprache erklärte der Bundeskanzler Scholz, Russland habe Deutschland von der Erdgasversorgung abgeschnitten. Das ist eine glatte Lüge, denn es war die EU, die durch ihre Sanktionen sich selbst von den russischen Erdgaslieferungen abgeschnitten hat, damit US-amerikanische Interessen in der Ukraine durchgesetzt werden können. Unser Land befindet sich ganz klar auf einem absteigenden Ast und schuld daran ist sowohl die Ampel als auch deren Vorgängerregierung. Mit ideologischen Projekten wie dem Klimanarrativ oder der Politik der unkontrollierten haben wir mit dem Klimanarrativ oder dem Klimanarrativ oder discordanwärten,